So gut. Hast du da die Waffe? Kein Zeugnis. Ich hab auch kein Schuss. Was? Ich hab auch noch eins. Wo ist der Waffe? Scheiße, Scheiße. Wo ist der Waffe? Wo ist der Waffe? Tür zu, Tür zu. Viel besser. Außer wenn ihr Feuerwehr kommt, bin ich tot. Aber wirklich. Ach, da unten. Nein! Nein! Digga, das soll nicht du die Brunnen besser die Böhne wegehauen. Digga, erstmal, ich komm auch aus Nix. Ich sitze, ich hab von oben ab. Ich hab von oben abgesichert. Mir wurde trotzdem die Böhne wegepustet. Ich habe schon mal Grenze von Party- Audio. Nee, warte, ich hab dort einen Fernseher und nochmal... Warte, warte, okay. Warte, okay. Was ist Kahn?